Willkommen zurück bei ATV Plus Live. Was haben wir nicht schon alles versucht? Von Wickeln, über Creme, Spritzen, Massagen, Kapseln und 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 sie sind noch immer da. Die hässlichen Dellen am Oberschenkel, auch Cellulite genannt. Aber Gott sei Dank, alle Jahre wieder gibt es neue Rezepte, um den Kampf gegen das ungeliebte Übel aufzunehmen. Wir haben uns bei einer Ärztin und einem Antizellulite-Studio informiert und stellen ihnen fünf Möglichkeiten vor, um ihre Orangenhaut loszuwerden. Schöne schlanke, glatte Beine und fester Po. Der Traum wohl jeder Frau. Täglich wird uns vorgeführt, wie straff und sexy wir sein müssen. Aber da gibt es nur noch ein Problem. Das böse Zeber, Cellulite. Wir stellen Ihnen heute fünf Methoden vor, um der Cellulite den Kampf anzusagen. Okay, richtig essen, gezielte Bewegung und viel trinken hilft. Diverse Studios bieten Methoden gegen die Orangenhaut an. Der Wackelsteil ist eigentlich die letzte Entwicklung im Kampf gegen Cellulite, Besenreißer, Kernfadern. Es ist durchblutungsgördernd, kommt eigentlich aus der Weltraumindustrie, wurde gemacht, damit die Astronauten eine regelmäßige Durchblutung in der Schwerelosigkeit haben. Eine Behandlung kostet 25 Euro und dauert eine halbe Stunde. Je nach Stärke der Wellen sind 15 bis 60 Sitzungen nötig. Wer sich nicht in eine Röhre verfrachten lassen will, hat noch andere Möglichkeiten. Barbara wagt sich an die Saugpumpenmassage. Zuerst erfolgt eine Lymphdrainage, dann werden die Fettzellen aktiviert. Schließlich wird gestrafft. Das Gefühl ist ein bisschen wie, wenn man eine Sauglobby irgendwo ansetzt. Es zieht, dass es die Haut wächst. Aber es ist nicht unangenehm. Eine Behandlung kostet 35 Euro. Zu guter Letzt probiert Petra kalte Wicke. Mit einer Zins-Algensalbe wird sie eingecremt. Zins fördert die Durchblutung, Algen straffen. Dann wird sie in Spezialfolie gewickelt. Es kommt nicht vor, es wird schon etwas wirken. Das Einzige unangenehme ist, dass es halt so spannend, so strafft. Aber das muss halt einfach so sein. Eine halbe Stunde muss man verpackt ausharren. Pro Sitzung bezahlt man 35 Euro. Viel Erfolg beim Kampf gegen Cellulitis, damit auch sie in Zukunft so aussehen.